Hallihallo, ein herzliches Willkommen zurück bei Drama Mystery. Auf dem Programm steht Acerrado Jungle. Scheinbar sind wir in Brasilien angelangt mit unserem Klempner, glaube ich. Genau. Huch. Ja, Brasilien. Ha 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 ha. Gut. Schön, ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Grüß dich. Das ist jetzt fürs Relaxen. Gut, 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 gut. Gut, feuerspuckende Pflanzen sind auch sehr gut für sowas. Nicht wundern, wenn ich jetzt nicht gerade so viel rede, aber ich bin gerade noch etwas voll gemampft. Ich komme gerade vom Essen. Yay, Pilz. Und ja, komm her, ich brauche mehr Leben. Uh, da bleiben. Wenn ich denke, dass ich jetzt dann später auf Arbeit muss, dann vergeht mir eigentlich die ganze Freude wieder. Aber, what shall's? Auf Portugiesisch kann ich das jetzt leider nicht sagen. Das Einzige, was ich auf Portugiesisch kann, ist, äh, Boa senia fala português. Das war's auch schon. Sprechen sie portugiesisch. Wie hübsch. Iks! Meine Stimme versagt schon. Lass das. Das gefällt mir nicht. Ja, das war jetzt mal ein Fail. Geh mal bitte weg. Nein, nein, nein. Ich möchte meine Feuerblume behalten. Wie hübsch. Iks! Was habe ich denn da erschossen? Nein, 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 nein. Hin fort! Ich begrüße dies nicht. Ach, du Kacke. Oh, ich habe meine Blume noch. Ah, wie schön. Weg, 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 weg. Das schaut komisch aus, wenn er nach oben fliegt. Nein, 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 nix. Schlüssel. Jetzt kann ich nicht mehr schießen, ne? Mäh. Dann mache ich lieber mal ein Save zwischendurch. Ja, 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 juhu. So. Gleich mal den alternativen Ausgang benutzen. Wie schwer der doch zu finden war. Und draußen wird es wieder warm. Das ist so toll. So, was haben wir denn? Well an Collyway. Schön, schön. Oh. Aber hübsch. Gefällt mir. Die haben ein großes Maul. Okay. Ähm, man, 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 man. Das machen wir mal ganz anders. Ach so, das ist nur ein Block. Toll. Oh man. Oh man. Komm schon, jetzt hat es doch eigentlich so gut angefangen. Was ist denn da oben? Dann machen wir mal ein Save. Toll. Wie hübsch. Ui. Ähm. Wusa. Ach kommt, Wusa. Also ich glaube nicht, dass es in Brasilien so aussieht. Nein, 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 nein. 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 Nack. Viel zu viele Geister hier. Oh, komm. Ein Leben vor life. So. Hihi. Ninja. Ihr gestattet doch. Es regnet. Das ist typisch. Wenn ich mal den, den Wallchamp brauche, ist da keine Wand. Nein, danke. Save. Wallchamp. Ah, gut. X. Ähm, ähm. Aha. Gut. Oh, Mann. Gib Ruhe. Gut, dann machen wir das halt nochmal. Bitte mit weniger Fail diesmal. Jiii. Ha. Wow. 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 Was will ich denn? Mage Merlin will answer just one question for you and then you can't go to his place anymore. Wo ist Mage Merlin? Wo ist Mage Merlin? La 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 la. ... in Merlins Place. So, hi-ho, Kudenluigi, I know you are going to Sapiens Mountain. Irgendwie erinnert mich das immer an Candy Mountain von Charlie. Ähm, and so lots of strange creatures, so I'll answer just one question to help you. Ähm... Ich mach ja einfach mal, aber wir machen beide. So böse bin ich mal. Was hab ich jetzt gemacht? Who's Sorrow? Nein, ich hab das andere gemacht. This force is a big portal with a strange form. It leads to... Oh, I don't have power to see, where does the portal lead to. Wie schön. But now I know that the portal was opened by the... by Emperor. The band? The King of Camellia Kingdom, who opened the portal with a drama stone. Oh man. You have to defeat Emperor and close the portal before it starts to corrupt our world. That's what Emperor wants. Thank you, strange frog. Goodbye. Haha, so böse bin ich. Mach mach mach, who's Sorrow? Sorrow is a giant demon ghost that used a false dark boo to fight you and make you think that he's not a big problem. He creates his own minions. Some Koopas and Goomers were created by Sorrow. These minions are called Wraiths. But they aren't Spectres. The strongest ones are... The strongest ones are... Yowie, Jowie, the poison carl. Die is schon tot. Frozeus, the ice dog. Der is auch tot. Yoshi, the fake one. Der lebt noch Kut. The other fake. And Bowser, another fake. Wie schön. Heißt das, er gibt den zweiten Kut? Interessant. To find this world, you have to beat all the chaos temples. They look like this. Bung. Each world has a chaos temple. They are really dangerous. Ja, aber die sind noch nicht fertig, so wie ich das gesehen hab. Thank you, strange frog. Goodbye. Und was ist das andere? Can I make two questions? No. Just answer to your question. Bye. Good. So. Jaja. Denke man hat auch mal den Cerrado Jungle. Und da ich bestimmt krepier, mach ich hier nochmal ein Save. Ja, ich weiss. So. Nick. 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 Do not want. So, das heisst wir kämpfen uns jetzt da einfach mal durch. Was heisst hier kämpfen? Hoffen, dass wir nicht sterben. Nein. Nix. Nick. Söderli. Nein. Danke. Gott traue ich mich hier was. Ich hab doch nur ein Leben. Hey. Ich hätte mal nichts gegen den Pilz oder sowas einzuwenden. Das war ja mal wieder echt typisch. Hammer in die Fresse gekriegt. Schön. Ha. Genau so muss es sein. Scheisse, ich mach schon wieder ein Abuse. Das war gar nicht mein Ziel gewesen. So. Was machen wir jetzt mit diesem... Ding? Uah. Loslassen. Eigentlich hasse ich ja so Südstaaten Zeugs, aber das ist ganz in Ordnung. Ach du Scheisse. Ach du Scheisse. Ich mach mal hier ein Zwischensave. Na komm. Wuhu. 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 Ich hab nicht mehr gefehlt. Ich bin stolz auf mich. Chingis. Tch. Komm. Scheisse, ach Mann. Neaaaah. Wuhu. Wuhu. Musste ja so kommen was. Komm, ich weiß, Luigi. Geh mal tiefer in den Dschongel. Woodenwoods. Toller Name. Nein! Gut, ich warte. Oder ich mach so. Kann ich da drauf? Natürlich nicht. Ein Football und Baseball und... Oh mein Gott! Uah, gack, gack. Sorry, ich muss jetzt hier nochmal speichern. Irgendwie sehe ich kommen, dass ich hier... Hallo. You can see me. Na komm, du doofer. Chuck! Oh man! Ich heule. Äh! Ey! Gleich passiert der Unglück. Komm, jetzt hab ich die ganze Zeit nicht gefehlt! Da brauch ich das jetzt auch nicht. Ich hätte mal nichts gegen ein paar Pilzchen einzuwenden, wenn ich ehrlich bin. Das war die falsche Richtung. Leben, ich glaub's ja kaum. Ich glaub's ja kaum. Höx! Uh, hey. Oh, warte. Also. 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 Nee. Nee. Echt nicht. Nee, echt nicht. Irgendwas sagt mir... Ja. 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 Maaan. Alles ist gegen mich. Wumppi! Ha! Ich... ich würde jetzt gern was sagen, aber das lass ich jetzt. Wumppi! Safe! Leck mich! Meinem... ungewaschenen Klempnerhintern! Ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hey, das ist zwar nicht nett, wie soll ich denn da tue ich? Ohne zu failen! Ohne zu failen! Ohne zu failen! Ohne zu failen! Ja! 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 Slayer! Dammit! Ich will hier raus! Ich mag so Dschungelzeug doch eigentlich gar nicht! Oh mein Gott! Was ist denn das nächste? Big Hole in Forests... Scheiß drauf, mach mal! Egal ob alternativ Ausgang oder normal Ausgang... Ja! Pilzchen! Notblocks! Ah! 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 Alter Alter! Brrrr! Nyank! Hass! Hass! Purer Hass! So! Ha! Okay, wir machen das das nächste Mal! Ich glaube, wenn ich das jetzt noch weitermache, dann gehe ich mit Schaum vorm Mund auf Arbeit! Ah! Das will ich den Leuten nicht antun! Also, ich verspreche euch, wir machen da bald weiter! Und... Ja! Wir sehen uns! Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Tag! Weil irgendwie denke ich, dass meiner noch ziemlich fail wird! Also, tschau! 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 Tschau!